ein wunderschönen hallo und willkommen zurück hier zu unserem römischen reich die welt umgehen weiter ging zwar hier gerade und um die kleinen kram könnten mal was ich gesehen habe die stabilität erhöhen kostet ja fast nichts ist schon krass wenig uns das kostet 37 admin punkt kann man so lassen krass so genau hier lange und hier oben auch so wie ich das sehe ja genau das passiert was ist da passiert wir haben richtig viel entlassen müssen hier okay was so groß ich habe eine armee im exil da ist ja noch eine komplette armee wts da schon ja wie er komplett vergessen war okay kommen wir da runter wir sind dann demnächst person angreifen in zwei jahren ist da sollte man hier unten fällig sein denke ich komme hier durch jo wenn man da war so ein galli es ist eine liste wir uns mal auch drum sehr schön wir sind das hier der letzte den ein okay da machen wir das so okay sehr schön ja ach so ich hatte irgendwelche gebäude erweitert noch offline das sind halt ich welche du nennst hier glaube ich ne wer sei und dort zusammen glaube ich toleranz und noch ein bisschen steuernahmen und sowas das war es glaube ich oder mir gerade nicht sicher die ist ja im grunde auch schon egal ach hier das hier glaube ich nee das hier genau das habe ich ein auftrag gegeben die heilige stadt und da habe ich noch nichts gemacht könnte man aber machen kriegt man noch mal innovation kostet nur ein bisschen kleingeld für uns wir sind ja gerade bloß mit 1200 1000 über 1000 zu karten ist schon krass ne ist ja mir so viel inflation eigentlich ach von dem gold transporten aus die der neuen welt genau das hier wird das belagert sehr gut minderwertiges kuchen na toll so trios belagert sehr schön so da ist das hier erledigt da fehlt noch die eine dann ist er hier nämlich auch durch wenn man das alles nehmen der rest gehört uns eigentlich schon ne ist das ja österreich noch 98 dings könnte man ja da müssen wir gegen polita und können wir sie auch doof man könnte das überrücken machen ja das wäre eine idee das können wir machen gehen wir doch schon mal hier hoch die nationalisten sah mal alles klar wir sind doch hier rüber auf die insel dann können wir nämlich zwei die komplett nehmen auch noch ein bisschen leider mal die tiefen den krieg erklärt dass die mal die so lange noch leben normalerweise sind jemand mit als erstes weg und wenn du sonst mal wieder ist ein lüge so wir brauchen sie sonst alles klar so jeder läuft der krieg hier unten denn da müssen noch ein bisschen besetzen aber die haben neue schiffe geholt das aber schön wie viele truppen hart über 19 sind meine schiffe da sind meine schiffe das sind direkt mal groß fahren hier die muss mir auch noch ist wenn man eigentlich auch direkt anhalten noch erst mal die angreifen wäre auch eine idee in kleinen kram quasi ja ob das machen wir ja da hat aber jemand probleme ich glaube so mal kurz vorbeischauen übrigens wo bist du ja 100 prozent frieden nur das selber oder geht man es ab ich guck mal ob man was geben können überhaupt ich bin gespannt oder jeden eins geben ach mehr zu 100 krieg stand okay wow wow okay das ist ja duf kann ich nicht komplett nehmen ja weil ich selber nehmen muss sonst kriege ich nicht die Punkte in 30 26 30 wenn ich mir die hauptstadt selber nehmen müsste doch eigentlich gehen oder wo ist es denn da schauen wir mal mir reicht aber noch nicht bedämmt jetzt ah das geht okay kann ich das achte warte mal der darf nicht so groß sein pilz das ist nur ein einfacher was soll nicht über 100 bitte achte ist das bei 49 dann geht es eigentlich versuchen wir das mal mit hinduistischen dünns das würde gehen aber das hier wahrscheinlich dann nicht oder 41 entwicklung ist ja der wahnsinn wenn die aber komplett weg und tschüss so wir können leider keine entwicklung entwicklung mehr bündeln weil unsere hauptstadt schon sehr sehr groß ist 106 inzwischen mal die und das manuell auf kurzen wäre es über 500 punkte ist der wahnsinn einfach wie viele punkte das mittlerweile sind kosten tut es das hier nichts weiter sekt wo man das gleich macht das dauert bis zwei jahre ok ist gut um ihren trunke erb immer sehr schön turn geändert die melke war hier hinten und damit wäre das hier auch in unserer hand unter eigenkontrolle sehr schön das heißt wir können neue äh und jetzt machen die zwei waren das ne vogler und pilzen ich überlege gerade die unten müsste ich eigentlich noch ein paar machen optimalerweise ja nicht besser jetzt müsste ich da immer rüber gut ich werde wahrscheinlich rüber mit der aufstände kommen als kann wie viel entwicklung das hier ist müsste ich da mal schauen da warte ich mal noch würde ich sagen wie schön weimar ist von naja sachsen angreifen ein da bis dahin schön gewonnen mutter bärchen so man könnte natürlich auch hergehen die manuell annektieren ja das ist natürlich auch eine möglichkeit wenn man nicht länger warten möchte was ja auch nicht viel eigentlich 44 jahre kostet mich eigentlich kaum was das ganze noch ein bisschen zu beschleunigen 39 jahre das kostet alles nicht sehr viel mal gucken wegen dafür doch kann wir müssen da sowieso da auch ja da auch okay der ist dabei das sieht gut aus da geht es auch einigermaßen der ist auch dabei gut 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 das hier wäre ein bisschen dauern wahrscheinlich der ist erst 49 das geht eigentlich schauen wir mal ich bin gespannt ja sehr schön befreien wir hier mal so party ist du weißt ja gut da können wir weitergehen richtung nächste festung ob da einheiten stehen äthiopische nationalisten ok normalische vielleicht mal weg machen so soll ich vielleicht die pause rausnehmen das hilft habe ich gehört wir zeigen ihr hier geht die sind ja alle fleißig dabei ok ja ist auch dabei passt ok sehr schön das hier wollte ich noch abgeben ah kalunga ist durch wunderbar dann werden wir mal hier unten den kram besitzen ja hilft das schon beim konvertieren sehr gut da hat die rebellen müssen mal mit die sind auch schon da sehr schön so hier fällt mir das kostler geworden sehr schön kann sie nicht zur kamerins machen ist ja doof weimar ja möchte ich das dir geben das geht machen wir das so dann als nächstes anhalt magdeburg achte man auch waffenruhe ok hat sich das erledigt wie lange denn noch bis 94 ok dann greifen wir Lübeck an beruhigen rein da rein da gut er hat keinen Belagerungsexperten hier vertauschen mich mal kurz gut dass das so gut geht einfach tauschen ja da nehmen wir noch den rollen ah ok ähm ähm äh bleib mal hier gut da habe ich noch rausgenommen tuch das wollte ich aber nicht oh hab ich mich wieder getauscht na komm nächste ist okay schiff erobert sehr schön naja das sieht auch gut aus kämpft der nachfolger in österreich da füllen sich in Politaun die wende liefländischer Orden ach die sind Herzogtum geworden interessant ja die sollen sich da ruhig streiten drum ist mir wuscht können sie gern machen also irgendwie schauts hier aus wieder 27 und sich hier nur 12 ist jetzt nicht so viel und hier 18 18 ich sage eigentlich wenn man das so machen ne weg man auch durch kommt sehr geil ok dann belagern wir da mal ein bisschen ich glaube die zwei gehören zusammen klopisch schmal so die kompaktieren hier drüben fleißig ja ist okay würde sie gerne machen aber sehr schön das ist auch durch müsste man eigentlich mal rüber fahren mal hier runter ich stehe mal ein bisschen ungünstig so schauen wir mal dass wir hier alles besetzt halten komischen rebellen hier die nerven ein bisschen das muss ich schon mal so sagen haben wir die auch noch mal gesteckt haben ja leider ja mal 77 tage hat es gedauert sehr schön auf zur nächsten festung dass wir uns hier durchlassen wirklich sehr nett da haben wir noch eine belagern durch sehr schön da haben wir noch eine belagern durch da haben wir noch eine belagern durch da können wir eigentlich nehmen mal hier rüber das machen wir jetzt mit was an galli da müssen wir eigentlich schon nehmen ne aber die waren noch nicht so wichtig ich lasse die einfach drin das passt schon ist auch okay hier schaut es hier aus schicken wir die mal rüber ich würde sagen erstmal hier hin bühmische Nationalisten ja sowas damit habe ich überhaupt nicht gerechnet so Lüneburg ist durch hm dann weiter Richtung Neubrandenbohr du wirst mal da kommen wir nicht wirklich hin ok geh mal da hin aus und gar ist keine Großmacht mehr schätzen eigentlich aus naja auf so mädischen Fall oh ja wir sind ein wirtschaftssegemon sehr geil Gott haben wir einen Haufen Limit ey ist ja der Wahnsinn sehr geil gefällt mir so da sind wir auch gleich durch oh da oben um die Dings müssen wir uns mal kümmern da sind wir am landen das passt ja hier oben ach die Rebellen werden schon gemacht ok sehr schön so warte mal das sind ja nur Kanonen hier oder ja ein paar Männer warte mal hier du läufst dann nicht alleine hoch das ist ja schon mal besetzen schon mal anfangen zumindest ne haben wir nicht genug Leute ok dann bleib hier das bringt ja nichts sonst so hier ist komplett besetzt da ist komplett besetzt dann würde ich sagen wir laufen mal darüber das rücken ist besetzt das rücken ist besetzt oder haben die was für uns besetzt ah ok die latschen alle da hoch ich verstehe das ist natürlich nicht nett das ist natürlich nicht nett ganz zum belagern dankeschön mhm 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 du gehst dahin und folgt mit ihrem schönen zusammen sind alle gleich die hauptstadt weg 93 prozent haben wir schon sehr hoch wie man hier mal wieder 27 sehr nervig übergeworfen juhu überges gefallen da muss ich mal kurz rüber und so hat nichts überfallen die schweine ach das nächste ist gefallen sehr gut dann mal richtung jetzt hier denn generell gestorben gestern kann dann die generele jetzt so was aber sehr gut ich versuche die eingeborene uns zu killen hier ich gebe euch keine sitze wie oft noch sehr schön hast du es da rein danke so stetting ist auch durch ich erfasst einmal hochzulaufen wir sind mal hierhin die tagger nett mal wieder was frei das ist ja schon als geordner aber könnte man aber ach die habe ich glaube da ausgebaut stimmt kriegst uns kosten andere religion aber ich glaube das wird bei uns gesenkt irgendwie war doch mal wanders nicht irgendwie in mali dass man nicht alles bekommt ich weiß es gerade nicht ja ich brauche es trotzdem aus so und es ist fertig am 27 märz komm das soll ja geils ich werde diese seien so kann man was exportieren die diplomat das selber wollten nicht aber leid aber wenn ich wieder ein christ von gegen jemen aber der lässt sich durch jetzt schon so gleich mehr runter laufen es hier brauchen noch mindestens eine festung ist kann man da nicht wirklich rein dahin und warte geht's ok ist auch gar kein admiral dran gleich mal ändern geil genug kompetiert das ist der wahnsinn so würde ich hier noch mal kurz schauen okay die haben noch nicht wirklich durch erhauen alles wenn auch noch zwei in klein hier frei sehen könnte man der 60 hm mal die beziehung mal besser hier auch das kostet nicht alles nichts mehr so ein bisschen teurer ja island zum beispiel zum unnötiger kleiner bienst eigentlich kann man ruhig mal unnötige brunnen könnte man eigentlich mal so annektieren überhaupt kein ding glückische flagsche versägt sehr geil Sächsische Notzmodisten. So ist er auch. So rügen wir uns durch. Damit haben wir den Sieg errungen. Damit sind die komplett besetzt. Hier sehen wir noch ein paar Armeen. Ja gut, die haben jetzt da oben ein bisschen besetzt, ist aber okay. Immer da rüber, die kannst du mal reparieren gehen jetzt. So die Cambo-Winze sind durch. Schaut es hier unten jetzt aus? Da draußen noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr müssen wir oben eigentlich mal Frieden machen. Reicht nicht ganz. Schade, 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 schade Marmelade. Es reicht nicht komplett, ist aber sehr schade. Hm, das ist ja doof. Aber wir könnten uns zufrieden machen. Ich denke mal nicht, dass dann Polen nochmal garantieren würde. oder? Nicht mal stark anzweifeln. Dann haben wir über den von 111. Geht ein bisschen viel. Na gut, es geht eigentlich. Wir haben gerade gar keine, das ist sehr gut. Wir können noch ein bisschen warten eigentlich. Hier hochlaufen. Wir können noch ein bisschen langlaufen. Ach, das ist ja die Lüffeländische Orden. Okay, laufen wir hier den Umweg. Die hauen alle ab hier, die Feiglinge. Dö, 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 dö. So wie schaut es jetzt hier aus? Aaaaah. Ist ja immer noch nicht durch hier. Das soll ja nicht wahr sein. Warum war ich denn da? Hallo? Ich komme hier durch. Ich gehe erst da hin und dann da hin. Ich weiß nicht, wo hier die Armee steht. Armee laufen wir wieder zurück. So, was haben wir hier noch stehen? Ade, die Schiffe. Wir müssen eigentlich auch mal losfahren. Wir müssen da nicht wirklich stehen. Also ihr kriegt ein Upgrade natürlich. Ah, die kriegen alle ein Upgrade. Da müssen wir doch noch mal kurz. Wenn das so ist. Wie schaut es denn hier oben aus? Geht hier auch noch ein Upgrade? Ja, eigentlich schon, ne? Sollten wir mal vielleicht tun, ne? Gut, der ist aber angeschlagen hier. Was ist denn da passiert? Ach, der hat wahrscheinlich welche oben, ne? So. Ist das irgendwo Handelsschiffe? Ich weiß es gerade nicht. Transportschiff, Transportschiff, leichte Schiffe. Da. 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 Hier auch. Mal Upgraden, hier. sehr schön jetzt haben wir hier das sind die normalen hier noch einen sehr schön der ja noch gut dann sind ja alle am abgründen das passt ach das immer durch kommen wir ja eigentlich überall frieden machen wenn ich das richtig sehe egal so fahren wir zwei an ja nicht einfach alles markieren suchen viel besser würde ich mal lassen alles meine oder so immer muss einfacher tatsächlich das zu dreck macht so voller lektion sehr geil könnte sogar noch was an gali mitnehmen an die nicht ganz okay wo kannst du deine verträge aufkündigen jemals ein ganzes geld auch wesentlich braucht kurz warten bis sie wieder eine diplomat da ist war die ach nö hat er echt wieder alles demarkiert das wäre ganz toll ist ja wieder super alles meins alles meins ne ah sind sie immer fast vergessen meine danke so hier hatte ich ja schon gewählt auch meine ja die garantiert ja auch nicht so wacht liebes ich denke mal die wird dann aufgewogen und mit hamburg verbindet sehr gut sehr schön so jetzt haben wir wieder überdehnung des todes wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen bündeln und unser hauptstand noch größer wird hier noch was machen wahrscheinlich nicht nur wahrscheinlich alles viel zu low okay dann können wir uns mal hier um die rebellen da würde ich hier einen neuen start machen wird es legen und sagen sie war ja warum nicht der schöne gewürzene produziert cool so jetzt müssen wir mal gucken wie viel und dann haben wir 18 haben wir okay haben wir zwei machen das super das ist gut immer ruanda diese eine provinz geben können wir sehr gut wir gehen mit den clash noch mehr wie alt ist denn der in ruanda 56 ok minapel ist doch ein schöner name da ist wieder eine überseeprovinz das so misst das ist ja blöd ja dann nehmen wir das selber ja ruhig geben wir waren da ganz viel ach warte mal wir können doch mehr provinzen auf einmal geben ich muss ja gedrückt halten dann muss ich alles einzeln machen das vergesse ich immer geht es es geht so nicht ach verdammt das ist doch so machen zu sprechen so das sieht ja schick aus aber keine verbindung hier kann ich auch keinen satelliten start machen ist ja doof das ist aber sehr ungewöhnlich das habe ich ja ganz vergessen dass es hier gar nicht geht das ist doch 200 überdehnung ja 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 okay dann müssen wir hier oben noch ein bisschen was machen dass ich hier fast noch einen satelliten start machen wird auch rügen noch mal rauslassen was haben wir sonst noch städtting die werden dann wahrscheinlich zu groß werden sachsen wäre eine idee 36 31 9 macht 60 69 ja das wird gehen ich sehe sie wieder ein fehler mache nochmal wo bist du 78 region durchsetzen müssen wir gleich noch aber erst zum brunnen machen wichtig ja dann region durchsetzen und dann geben wir den ja noch so ein paar prozenten ja 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 jetzt kann ich den dienen eine provinz nicht geben ist ein bisschen zu groß ist aber sehr schade nee ich will jetzt nicht extra einen satelliten start machen jetzt muss ich das nochmal den dings geben ich behalte es selber im kurs selber ist natürlich auch eine möglichkeit äh äh wie groß sind wir denn 66 immer noch ok das haben wir hier noch jetzt städtting ne ne ähm doch städtting hat 4 provinzen 5 provinzen die werden wahrscheinlich zu groß werden ne 55 sind das schon ne ist zu groß das ist zu viel leider bühneburg hätten wir hier noch ne wie kann ich denn das da drüben nicht geben den kann ich denn das da drüben nicht geben sachsen wenn ich hier nochmal das lüneburg weg hier wegnehmen nicht 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 okay ok was ist jetzt natürlich ein problemchen hier rücken könnte man noch ich glaube den kann ich nicht so viel geben aber ich muss doch einen satelliten start machen ja komm wieso okay raus hör ja dann machen wir noch ein schönes strahl sind hier an der küste passt dann schon ich glaube der kriegt das gekurrt irgendwie mal ja ja muss ich dann wieder über den lassen ist ja nichts ne so na gut machen wir das so oh boah da kam ein bisschen zu spät hier an leider ok dann einmal darüber oder dahin fangen wir mal hier die rebellen ab so wer ist da angepiselt olympianisches freizbesteden was warum warum vielleicht ein bisschen über den film wir sollen sich meinst du haben ja gut ob es zwei mal beziehen verbessern sehe ich gerade grün hast du keine okay du hast schon helfen wir doch mal aus ja das hat keine okay na gut dann bist du mal vielleicht auch beziehungen verbessern ne würde ja auch nicht schaden so so naja da muss ich das selber ne jetzt haben wir wieder 20 ja das ist halt doof wir sind immer noch selber die dir das ist nicht gut ja 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 so wegen den hier ne ah das ist doof wo willst du hin wenn ich keine weiteren was soll machen sich blöd weiß ich kann dich eigentlich hier ohne 190 zu haben okay machen wir das mal mit der weg ist der stört nämlich er ist viel zu klein und dass ich den da behalten würde ist noch einer london vielleicht er ist noch nicht fertig du bist auch noch nicht fertig du wirst mich du wärst fast fertig wo klang würde auch schon gehen hat es in basal schon wenn ich kann dich zum ich kann noch ein ich kann noch zwei hä ok kann ich ja doch noch hier unten einmachen achso geht ja nicht stimmt da war ja was verdammt ähm haben wir hier Swahili behalten wir mal höher ran geht nicht warte hätten wir noch ja das ist weg ne ich bin natürlich nicht so viel aber hier unten noch was und tabak könnten wir machen das können sein dass der zu groß ist aber noch hier was nee und tabak wie groß bist du fünf zehn sechzehn ja das passt lassen wir noch mutabak aus ja 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 ich hätte gerne einen Diplomaten um die Nationalisten guck mal hier runter was läuft denn hier noch nach Pilzen evtl annektieren dann noch und Freising warum eigentlich nicht ne ja dann Land zu weisen ähm wo sind sie und religion das Sitz gibt hundert freiheitstreb mh hirin sind kann man da noch mal und auch mal machen dass man sogar schulden klicken So, dann gehen wir in die Provinzen hier. Erstmal den ganzen Kram. So. Und dann hier zum Nachhinein. Ein sehr großes Mutawa kriegt man hier zusammen. Okay, das war's. Dann würde ich das sogar behalten, würde ich sagen. Das kostet noch 5. 8 Monate dauert das. Mama hat zufällig ein Dingensüber. Komfortieren wir das zuerst. Ordnung 7. Ich könnte immer noch Pate rauslassen. Ähm. Äh. Äh. Das ist schon. Nur Pate genau. Wo ist der Kavala? Jedenfalls nicht hier. Kann ich das auch zum Brunnen anmachen? Ne, jetzt sind wir drüber. Genau. Wo ist Pate? Dort ist Pate. 73. Und die 2 können wir noch geben. Aber gerade so. Huiuiuiui. So. Sehr schön. Den Rest behalten wir, wa? Ja. Ja, fast. So. Damit gehen sich um den da. Der zieht sich da zusammen. Da müssen wir uns um den kümmern. Okay. Das Koma selber. Vora? Ich bin gespannt. Jetzt haben wir die Hydra geerbt. Äh, der war noch nicht fertig, ne? Ja. Das ist super. Wir dürfen Pils ja im Satelliten-Statt matr budget. der hatte mit dir noch mehr geben jetzt ist die freiheit zu beschreiben scheiß starte ich das müsste die nationalisten seid ihr schon wieder welche einheiten die umlatschen wenn ich brauche danke so ihr könnt euch und die auf teilen danke das wäre es mit den überblick behalten auch so eine sache und jetzt um die rebellen kümmert dann kommen wir hier zurück diplomaten und rohanna geerbt na super ist er wieder sehr unmistig also misst gerade jetzt person ist sein ding wurde eigentlich hier ein bisschen was frei du noch mal also ich muss noch warten verdammt da wenn ich wahr sein so ist das hier wieder alles nicht korra da da auch noch nicht fertig gemacht gander könnte man hier aber das behalte ich jetzt alles selber jetzt kann ich es auch korn na super könnte wie das war hier auslassen unmöglichkeit aber nie aber mal wenn man hier noch arabi das würde gehen Mario, bist du da? Wie groß bist du, sieben und zwanzig? Okay. Hallo? Hä? 81 sehr schön so maravi und namen so dann sah man noch mal wie religion wechseln wieder ein bisschen viel freis bestreben ist aber okay noch einmal auf infiziere entsenden herrscher beschwichtigen könnte man noch wenn ich pate ich auch land zuweisen ok sehr gut eigentlich nehme ich hier oben noch was geben eine behalte ich damit ich hier ajoran direkt dann angreifen kann mit homos und das passt mit den kriegsgrund habe den verteilen wir hier mal so ein bisschen ich glaube ich korea ist mal alles okay ein kommen wir jetzt noch lassen sehr schön haben wir ja fast ganz afrika super freis bestreben das ok so oben haben wir jetzt ja auch noch wir haben schon wieder total überzogen ok machen wir das nächste folge fertig bis dahin dann wird zuschauen bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.